Zeit nehme ich mir Farbverdünner Wollen wir einsperren? Ja Marco, Baby, Marco Ist hier irgendwas? Hier, zack Ach nee Starre Arme enthalten den Code Ja, wie gesagt, mal gucken Mal gucken, ob ich das hier überlebe Starre Arme erhalten den Code Ist dein Arm starr? Was ausmachen? Starre Arme erhalten den Code Okay Okay Ich habe mir jetzt die ersten 5 Minuten angeguckt und bin jetzt schon begeistert Perfekt Funaktiv ist Bescheid Das ist cool, dass es hier Die Elektrizität in der Stadt bleibt Come World War Warso 2 Nee, Digga, Warso bin ich komplett raus Lass mich das wieder installieren Warso habe ich gar keinen Bock mehr drauf Aus dem Alter bin ich doch leider raus Aber wo mal gucken Aber ich muss mir erst mal das ganze gehen wieder mal unterladen Ja Diese Für alle Da bin ich Keine Hier bin ich rein Das kommt nicht mit meinem Mann vor, Kollege gegen auch nie die nach vorne kommen nicht weg und scheiße ich habe Das war's für heute. Ja, first try. Und zack. Oh, Magda schaut auch noch auf. Danke schön. Danke schön. So. Der hat mehr Schuss. Warum genau wurde ich jetzt wieder fast vergiftet? Warum nicht? Das ist ein Vorwäng. Das ist was du erwartet. Kalt getränkt und Kekse, mein Schatz. Du möchtest aber auch immer durchtüren und so, ohne auf den Boden zu gucken. Ja. Und dann wunderst du dich, wenn du umgebracht wirst. Was ist das denn? Ein Puzzle. Nein. Was für ein Puzzle? Mag Puzzle. Was für ein Puzzle. Das ist richtig. So, ein Puzzle, ich soll ja in diesem, ich soll ja hier gucken, wer das Puzzleteil ist denn hier, ja, ist wieder zurück. Was habe ich letztes Mal gesagt? Das ist aber nett, dass sie mich auf einen heißen Kaffee eingeladen haben. Ich glaube, ich weiß noch, wo das ist. Da fahren wir aber die Karte. Warum ist das so komisch mit meinem Kopf? Na, ich weiß nicht. Abschneiden? Ich kann mir doch keine Klappe zu schneiden. Wie sehen denn aus? Doch, nur du hast nur mit Glatz zu sein. Ich bin schon wieder am Überlegen des Puzzle, ja. Mach was noch nicht ab. So. Hier, dann hier hoch. Okay. Nee, dann. Genau. Okay. Hier hoch. Verlag da wieder schon, ohne Hinweis. Ja. Ja. Ja, wir sind richtig geil. Ja, ich hätte auch erwarten können. Ja. 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 Na, was du sagst der Detective Tap, sagst mich, warum hab ich einen Mann mit deinen Worten gebetet? Das ist nichts davon zu dir. Oh, wo war das Wasser? Okay, A1? Oh Gott! Wow, jetzt schon wieder... Man muss nicht so scheiß Ventil kack. Ist das alles ätzend. und jetzt hier. Du. übrigens wieder nicht ich. Mit X hast Du dich übrigens auch. Du musst doch schon aus dem Fenster raus. Gedruckz halten! Warum auch immer, dass es nicht klappt. Das hat nicht schon viel. Wir probieren es nochmal. Du hast das Ventil nicht geholt im Raum, vor wie ich springen könne. Ja. Weil du mit A nicht bestätigt hast. Ja gut, ich bin halt manchmal ein bisschen... Nicht aktiver. ... ... ... Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Warum auch immer man mich jetzt vergiften musste. Schon wieder? Film, immer Film. Ist geil, ne? Nee. Das ist jetzt meine Aufgaben. Klären wir sie mit dem Puzzle zum... Okay. Find the truth. Ja. Neue Verlagte. Weiß ich nicht. Ne, weiter guck mich ja nicht. Irgendwie so das Puzzle. Kamera. Oh. 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 So das muss da hin, muss da hin, wieder Lenker, das muss hier hin, die Lenkstange muss da hin, hier ist das Ärmchen, das muss wieder da hin, ach das ist richtig, das muss da hin, muss das, hier ist der Hut raus, das ist besser, dieses Ding 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 macht mich verrückt, ne, hallo Oswald, mein Text, Ihr newspaper has been a primary source of information about my message, why I do what I do, but your motivations are selfish, you spread my message but perverted for your own personal glory, you twisted your words to implicate detective death, to make the public suspect him to be me, the device you are strapped to will twist until your body is broken to stop the device, you must complete the electrical circuit battle, if you do not complete the circuit in time, words will not be able to describe your identity. und das tut es, so hier rätsel, sage ich einfach, kann ich, mit dein Maul aus Wort, das ist belastend, das wird dahin, mit deinem Maul ausgedrückt, 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 der muss anders verbunden werden schade ja ich habe noch verbunden das heißt ich verbinde das so richtig verbunden das macht die wir noch zu leben so okay das ist glücklich den stromkreis geschlossen